Hey, 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 na was sind meine müden Orgen, wer hat denn da wieder eingeschaltet? Du, genau, du. Und wie versprochen, wir gehen jetzt zu Daul, Folge davor, habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, es wächst der Quest, nicht, dass wir dann questgebundener Story mäßig irgendwie weitergeht und wir hängen dann noch eine halbe Stunde dran und wir wollen ja nicht, dass die Folge dann extrem überstrapaziert wird, deswegen machen wir das jetzt, aber schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja? 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 Ja, ja. und was sagt schon ganz geil oder ist schon ganz geil doch eh das gebiet ist vergibt sich zum schneeberg labina schade ich das vergessen welches gebiet das war wo wir den tobik das tobikadashi bekommen könnten ich nehme aber alle flammzahlen wieder rein wegen feuerschaden das macht sich natürlich im schneegebirge wesentlich besser würde ich jetzt mal so behaupten genau wie gesagt ich hatte ja in dem livestream versucht mit hengen und wirst ein tobikadashi für unser team zu besorgen wir werden jetzt zum gut gehen gut zu dem typen geben gibt sich zum schneeberg labina genommen ja hier ist natürlich selten höhler wir haben jetzt erstmal so viel monst hier und ich werde vielleicht ich werde auch vielleicht versuchen noch mal im live stream wenn ich dann im ort habe wo wir hin müssen versuchen im live stream bei twitch ein tobikadashi wahrscheinlich zu bekommen als ei mit falls in dem gebiet hier zurückkehren und wird noch mal schlau machen wie ich es ganz ruhig mein kleiner wo ich das bekommen werde also gebiets mäßig und wie das noch mal aussah ich weiß dass es fast weiß war mit dunkelblauen streifen nach unten so blitzartige streifen das sind so meine anhaltspunkte an die ich mich richten können und ungefähr ich glaube ich weiß gerade gar nicht wie hieß denn der hier ist ein wenigliches monster haben wir übrigens im leistung auch zweimal versucht gegen ein königliches monster zu kämpfen ja ja was soll ich sagen war jetzt nicht so von erfolge bei einem sah es ganz gut aus aber trotzdem zweimal verloren ist er jetzt nicht so schlimm wir haben es aber mal versucht hat ja sein könnte dass wir vielleicht schon schon sagen wie gesagt beim einsatz gut aus beim anderen so naja jetzt nicht so also überhaupt keine chance gar keine chance gehabt ein freund von heißer quellen da würde ich jetzt aber auch nicht nicht sagen so eine schöne heiße quelle und dann noch im schnee gehofft das muss doch herrlich sein das sind logisch was geht es aber das muss so herrlich sein so eine heiße quelle mitten in so einem schneegebiet wir sollen hier lang wenn uns das der mark aus sagt geben wir hier lang die heißen quenzen gleich da drüben gut dass es überhaupt das tor für uns offen gelassen hat da kann man nämlich da kann man nämlich gar nicht hin stimmt 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 hier kann man nämlich noch gar nicht durch der dicke versperrt ihr kompletten weg und da sind katzer waren stand werden natürlich dankend annehmen aktivieren aktivieren guck mal hier schönes heißes wasser hier kannst du mal die foten wärmen ist ja geil was geht denn hier ab hier gab es mal keine heißen quenzen ich frage mich ob das ist mit dem quad mit dem quad mit dem quad zu tun und gerade ich den alten daten kennen wir schon auf dem grund heißen quelle gesunken sein komm schon paps das ist von naviro der vater das kämen wir zum ersten mal dagegen aber eins haben wir trotzdem schon als ei gefunden ein lagombi dieses monster kleidet super schnell auf ihren bauch sie hören auch sehr gut er hat so ein haser an sich wenn das so riesen löffel hat und er kleidet auf dem bauch also geschwindigkeit also technik jetzt meine nächste schlussfolgerung gewesen gut geschwindigkeit gut geschwindigkeit scherlock schön auf die lüffel 337 Reiten. Ja, es sind deine Kumpels. Da, 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 da. Mensch, der Kampf, der läuft ja äußerst gut. Jetzt ist es rasend. Es hört gut, also würde ich sagen, es geht jetzt auf Technik. Es geht auf Technik, brauchen wir stärker. Ne? Stärke schlägt Technik, genau. Würde ich jetzt so annehmen. Und ich glaube, da liege ich auch ganz recht. Nein, es geht auf Stärke, okay. Okay, als komme ich Geschwindigkeit. Okay, okay, okay. Es geht doch stärker, ich habe jetzt nicht mitgerechnet. Machen wir Geschwindigkeit, Monsti. Macht aber auch gerade Geschwindigkeit rein. Oder bleibt mal jetzt erst mal so. 461. Supergut. 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 Die werden wirklich immer schwerer, ne? Die werden dann auch irgendwann immer knapper, diese Eingriffe. Oh, der hat aber schon einen roten Schädel. Komm, jetzt brechen wir so einen Teil. Hm. Lebensbruder, nur das ist doch nice. Jetzt geht's auf Geschwindigkeit. Hat seine Strategie geändert. Also Technik. Oh, shit. Na, alter Freund, du warst auch lange nicht mehr im Kampf, hm? Hm. 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 Boah, macht das nicht so viel Schaden. Alles easy. Müsste dann, glaube ich, auch langsam mal... ...gewesen sein mit ihm. Hm. 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 So, hoffentlich wird es ein Kombinationsangriff zwischen dem Monsti und mir. Also mein Monsti. Nö. Aber ich halte es trotzdem ordentlich. Sehr gut. Hm. 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 Diese flachen Sprüche wirklich... ... 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 überhaupt nicht gut. Das Monster auf egoistische Art und Weise die Kraft, die inne wohnt bei ihm rauszudrücken, sag ich mal, mit Hängen und Wirken, es dazu zu bringen, dass es seine Kraft freisetzt. Das wird definitiv ein böses Ende nehmen, wenn wir das machen. Das glaube ich ist Fakt. Was haben wir hier für ein Gutkomme, das ist unser Geist, hier versuchen wir es. Ja, ehrlich? Nummer 5. Geist hier Nummer 6. Ach du große, wie viel gibt es denn hier noch? Wie hoch müssen wir denn noch? Das ist Kassier Nummer 7. Das ist ein bisschen Rätselraten, ja. Kassier Nummer 7. Fragezeichen. Ist der Weg hier raus? Nö, 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 nö. Wir wollen nicht raus, wir wollen hoch. Immer höher hinaus. Wir wollen ganz nach oben. Megatrank. Hier, versteckt. Versteckter Weg. Ich bin halt auch echt gespannt, wie es halt weitergeht mit unserem Wanzi, ne? Wird es uns, wenn wir uns am Bauern, na gut, ähm, wird es uns treu bleiben? Wird es durch seine Macht, die inne wohnt, wirklich so schlimm sein, dass es sich vielleicht noch gegen uns weint? Wir wissen es halt nicht. Ja? Ist halt schwierig. Können wir hier gleich mal speichern. Oh, wir haben zwei Level gut gemacht. Seit den zwei Folgen. Das ist ja richtig stark. Verkaufen tun die nix. Geil, hier kann man nur sich erholen. Weißt du, was wir eigentlich gar nicht haben, brauchen wir auch hier gar nicht. Sehe ich gerade. Heißes. Heißes. Heißes Puder. Ne, wie ist es? Wir brauchen wir es wieder. Es war... Woher meint er aus? Okay, sowas haben wir. Ähm. Heißer Nebel. Entschuldigung, suchen wir es. Heißer Nebel, stimmt. So. So, so, so. Gehen wir mal weiter. So. Der nächste Krader, mal gucken, was jetzt für ein Vieh uns begegnet. Für ein Monster. Krader nehmen auch stets immer mehr zu, ja? Na, was beobachtet uns da? Was greift uns an? Was würde ich jetzt aber auch so in meinem Team aufnehmen? Würde ich jetzt auch nicht nö sagen. Was? Tritt mal mal. Technik genommen. Aber kann man nicht wissen, wenn man dagegen noch nie gekämpft hat, ne? So. Yes. Ein Konfrontationssieg. Und auf den Kopf. Das gibt Kopfschmerzen auf jeden Fall. Wir haben Widen gemacht. Zeit für eine neue Strategie. Und er wird... Was wird er denn? Wir werden das mal auf dem Reiten. Unser Monsti und hier schön... Angriff starten. Schmick ist. so es hat vorgeschwindigkeit gemacht jetzt auf technik gehen da bleibt es bei geschwindigkeit bleiben mal bei technik angriff kraft verdammt oi 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 Ja, gibt es einen Kombiangriff? Nee Mh, shit nur man greifen ist jetzt noch lebensbruder ein sind wir alle wieder voll kein problem gerne geschehen alle voll 3 mal 5 das war lüftschwanz okay war zum glück jetzt nicht so stark auf die flügel da sind sie gebrochen jawohl da liegt am dreck da halten wir jetzt gut gewesen das wäre jetzt richtig nice gekommen ist wieder aufgerabbeld oh wir können dann reiten warte schau das licht wird stärker und es macht irgendwas mit dem higianer was passiert da bei uns ist es vielleicht mal aus zum reiten ich weiß nicht einfach machen zornesverstrahlung alter was passiert jetzt oh shit nein 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 oh shit oh shit oh shit oh oh Das war's für heute. ja ja nein es konnte jetzt nicht wahr sein nein das kann das ist jetzt nicht wahr oder ja Das war's für heute. shit geht du eigentlich auch noch auf den sack wirklich es gibt nur noch mehr ärger man so eine kacke ein vorgeschmack ich kann das einmal hat er ja auch nichts dafür dass so eine kraft in ihnen wohnt ich kann das und wieder anfang von vorne ja meine ja 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 Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht zu tun habe, dass ich mich nicht zu tun habe. Ich habe gesagt, dass ich hier sein kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mit euch das奇 aussehen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich hier sein kann. Ah, Eurya? Das ist die Kraft der Frau. Ich kann nicht die Kraft retten. So, wie... Diese Frau hat den Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens. Ich kann nicht die Kraft, wie du sie verletzt hast. Dann, wie geht's das? Sind Sie wieder in den Röste? Lö possät生活. Soit wird das ReössensMyötät weggegesommen und bis squared stop18. Aber wenn die Leusens-Rössens-Rössens-Rössens-Rössens-Spr!" In den Fall-Anweis hätten Sie das um Rössens-Rössens-Rössens-Krössens-Rössens. Und das werden wir auch, definitiv. Und das werden wir auch, definitiv. Das war's für heute. Richtig. Perfekte Entscheidung, würde ich sogar erst sagen. Genau richtig. Genau richtig. Oh Gott, was für eine Achterbahn der Gefühle. Mein Gott, ey. Mein Gott. Aber ich würde sagen, da werden wir dann zum. Alten Dete gehen. Werden wir unsere Antwort mitteilen, was? Das machen wir auch in der nächsten Folge. Bis dann. Hoffentlich bleibt ihr genauso gespannt wie ich. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass die Story doch so eine Fahrt noch aufnehmen wird. Wirklich. Aber Ratter werden wir mit Sicherheit nicht im Stich lassen. Also das können wir einen Haken dran machen. Wir mit Ratter, Ratter mit uns. Und damit bleibt es auch. Und wir werden mal schauen, was wir dem alten Dete jetzt zu sagen haben. Nichtsdestotrotz werden wir für das Munzi da sein. Und das werden wir auch in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ich hoffe, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Und dann haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.